Ui Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video Es ist meinst du auf der ganzen Show von dem Fabio Hörchen Willst du mal heute am Gras mähnen? Wir werden jetzt fertig Und dann abwarten wir zum Hof Äh beim Hof musst du auch noch mal mähnen Äh was? Wieso? Hehehehe Äh 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 was? Äh Verschalt gefreut Ja fertig Ach Gott ne Ich mein wir können da auch noch ne Halle hin platzieren Ähm Mir auch egal Ja mir nicht Hm? Mir nicht Hm Ja das ist mir geil Das Hm 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 Als wenn du es grad nicht gesagt hättest Hätt ich wirklich jetzt hochgefahren, zauber gemacht Und dann eingeparkt Hehehehe Hehehehe Ah Sooo Wir wollten ja auch irgendwann mal noch mal Geld rein und noch einen zweiten Schafstall platzieren Wollten wir das? Ja wollten wir mal Weiß ich gar nicht Und die Schafe dann selber produzieren durch den anderen Schafstall Hatten wir mal gesagt, ja Jaja Ja Zuhm Zumindest die Hofwiese schnell äh Schnell äh Ja jetzt mit dem gemäht zum und abfahrt hast du ja bist ja auch gleich fertig mit der ersten Wiese bin ich schon fertig ja dann sagt Beton zwei große noch eine kleine dann noch die größten also sind zwei große ja zwischen auf der NF-Marsch fällt das gar nichts der NF-Marsch oh scheiße ähm ich hab nix mitgenommen dass die Eierpeifen mitgenommen äh oder? ja jetzt weiß ich warum ich immer mehr ja genau ich hab ihn nie wieder mitgenommen nie wieder mhm einmal hab ich ihn mitgenommen dann spätestens beim Schwadern oder beim Ladenwagen da hab ich ihn nie mitgenommen jaja also einmal aber also ich hab's nie mitgenommen also einmal aber auch vielleicht zwei oder auch dreimal aber nie hab ich ihn nie mitgenommen mhm auf gar keinen Fall ich doch nicht du trottel doch nicht also für die ist fertig mit der Arbeit du hörst kein ich hab den Zaun mit weil der Zaun hat keine Kollision aber die Pfeiler schon so richtig schön unnötig wieso man kann man nicht mit Kollisionen dein Zaun ist ja unnötig auf einer Stelle was denn? da hast du den Zaun um die Kurve gesetzt obwohl da eh da Bäume sind alles und da der Wald beginnt da hast du noch Zaun hingestellt ich weiß damit man eigentlich drum herum fährt boah man ey alle Abkürzungen gesichert der hier ab ey ich hab mir das irgendwie schon gedacht ich hab mir das irgendwie schon gedacht dass Ossi da irgendwann langfandelt bald baut er mal nen privaten Weg auch noch bald zu baut er da auch noch Zaun hin ähm passt aber perfekt mit dem Schwader wo schon ja dann kannst du aber einsteigen jetzt lauf mal da hinten gucken das passt genau ja fahr mit deinen Freunden am Zartmeistersvideo fertig ja dann kannst du ja umsetzen ich nicht ich muss weiter mähen ja ich auch ach du musst auch mähen ja klar ich mähe das Gras von dem gemähten Graf hm jetzt du schon mal den Alkotong mit hm 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 oh no als es war grad dezent knapp beim Alkotong hm hast du ja eh schon mitgenommen ja da ist noch einer da ist dann noch einer äh wieder einer gespawnt so etwa 30 Alkotongs wo nur 3 Liter drin sind pff oh 1 Million Euro na natürlich weil Alice nicht mehr verkraften kann da ist das so einzelne Kartons sind ich meine wieso du machst ne komplette Reihe die du Schwaders auf der kompletten Breite was ist du kannst dich drehen hm 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 bist du fett ja bin ich auch ja bin ich auch jaja jaja jetzt gibst du es zu dann guck hm 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 Jetzt kann ich hier endlich mal am Feld inne drehen, dann dreh ich falsch rum. Schon schwer. Entweder ist nicht genug Platz da oder ich dreh falsch rum. Ja, oder so. Mach auch nix, weil einfach, wenn ich irgendwo hängen bleib, einfach abreißen. Zaun abreißen, dann steht hier bald überhaupt kein Zaun mehr. Was hältst du von Lely? Ich glaube, Lely, drei Kreisel-Schwader. Drei. Ja, drei Kreisel-Schwader ist auf dem Mottof rausgekommen. Ach so, was haben wir denn denn drin? Nein, 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 nein. Juhu. Weiter geht's. Wir sind wieder zurück, als Ossi sich ja drängend wieder verabschiedet hat. Ja, ich hab's nicht mal ausgehalten. Ja, wolltest einfach nur noch gehen. Ja, ich hab, ich hab... ungefähr zwei Minuten gedauert, bis Ossi dann mal rausgeflogen ist, weil Ossi saß dann im Drescher drin und ist damit rumgefahren, aber ich hab's nicht gesehen. Ähm. Du bist fertig. Hä, ich hab ja hinten mal noch waschen gelassen. Ne, das hat's ja alles. Dann hast du weiter gemäht. Hab ich nicht. Doch, hast du. Hab ich nicht. Doch, hast du. Hab ich nicht. Doch, hast du. Nö. Tschüss. Abbad. Mach ich auch schon. Boah, das war ganz schön knapp, ne? Das war Augenmaß. Ich weiß nicht, ob's... Nein. Ich hab grad gedacht. Ich hab grad gedacht. Ah, du Scheiße. Ey. Nein. Hä? Hast du den Hotlineger? Nö, ich kann den nicht nehmen. Ich auch nicht. Steig mal ein. Ne, jetzt hab ich ihn. Ja, weil wir die ganze Zeit gleichzeitig gedrückt haben. Darf ich einen zweiten kaufen? Nein. Das ist hinten auch mal dreckig. Leute, hier ist ein Mercedes-Logo. Eine Treppe. Wusste ich ja gar nicht. Ja, das ist der Tank. Hä, nein. Doch, das ist der Tank. Ne, hier ist auch ein Tank. Hä? Hey, hier ist kein... Doch, hier in der Mitte. Äh. Hallo, Motorhaube. Hallo, im MB-Tank. Hier ist kein Tank in der Motorhaube. Doch, direkt hier vor dir. Ist so'n kleiner Deckel. Ja, aber das ist nicht für Diesel. Ne, dann ist das hier der Diesel-Tank. Boah, wir hatten früher den MB-Tank gehabt, der Tank sah nicht so aus. Ich mach auch nur meinen Fahrzeug sauber. Ich kann nicht bescheuern. Mach deinen Fahrzeug auch noch sauber. Ja, ich wollte auch selber sauber machen. Gut. Aber ich hab's auch noch sauber. Ja, das ist ein Profi-Waschen, Alter. Äh. Jetzt ist der Fenn schon mal sauber. Äh. Riecht's halt komplett grün. Ja. Sieht voll cool aus. Das gewicht so. Schön dreckig. Wie war das? Ich flogger noch zwei Ladewagen. Ach, warte mal. Ich wollte... Ach, nö. Ja, einen. Nicht mal. Doch. Nee, ich wollte hier den Haufen endlich mal wegmachen. Ja, dann mach ich schon weg. Nee, bringt ja nichts. Ich muss den ja wegschwadern. Von Brand. Und Stück. Hä, schaufeln. Ich werde das einfach jetzt im Teleskroplater machen. Ach so. Einmal durchhalten, dann geht das schon. Hä, wo steht denn der Küpper? Ach da. Man, Fabi, ich muss mich immer raus. Ah ja. Ja, willst du das jetzt mit dem Ladewagen machen oder soll ich das wegschaufeln? Das ist mir egal. Kannst du machen, wie du willst. Ich weiß ja nicht, ob du jetzt was zu tun hast. Ja, nee. Ja, dann. Bänder. Na, sch. Hast du halt Fälle vor zehn? Äh, der hat ich schon runtergeholt, ja. Lars, mich. Ah, danke. Lars, mich. Danke. Äh, das ist so ein Schiff. Das kann ja wirklich sein, als ob du so getankt bist, ne? Das ist so, wie du gesperrt. Ja, das ist so schwer. Nein. Ja, ich weiß, es wird erst nach... Drei. ...fünfigen Strikes. Äh, ne, drei, dann darfst du nicht livestreamen. Nach drei darfst du nicht mehr livestreamen. Für so und so viele Monate. Ach, das ist mir egal, aber... Ich stehe mir eh selten. Vielleicht einmal Monate. Ich bin ja jetzt gerade sauber gemacht, den Fan. Ich hab den gerade sauber gemacht, ja. Entschuldigung, Madame. Oh, scheiß, hab über den Gebrä... Jetzt wird alles schon wieder. Einmal mit Profis. Ja. Also, was dein Spruch war. Ja, ich hab gesagt, zu dir machst du meine Updates regelmäßig. Ey, ich musste ja nur neu starten, dann ging's ja. Hm. Das fand ich halt so witzig. Er sei, äh... Also, ich könnte mir von der Grafikkarte ein neues Update runterladen. Dann macht er endlich was an seine Updates. Gell, Fabian? Sch... Alter, das ist doch nicht hier. So. So. Was war ich jetzt? Aber, Rossi... Hey, hier fallen meine Kreise. Pfff. Pfff. So Kreisungen. Mann. Mir fällt leider kein Lied an, wo, äh, Kreise... Irgendwie es vorkommt. Das ist ja schon fast weg hier alles. Ja. Alles war viel. Okay, die Hälfte lag hinterm Einlänger, aber... Ey! Pssst! Ja, wo wohl? Ich wusste nicht, wohin. Ja, wo wohl? Hast du das jetzt voll weggerammt? Ich bin da voll reingebaut. Haha! Aber nur das Kleine. Ah, hab ich gut gemacht. Wer war denn dran? Äh... Wir haben noch nicht mehr erreicht. Wirklich nicht? Was? Ja. Wir haben noch... Zwei Minuten. Du hast gesagt, es fehlen noch sechs Minuten. Du bist nur sechs Minuten rum. Sieben Minuten, so. Äh. Dann weiß ich nicht, wie schnell dein Ding zählt. Also bei mir sind es 13,36. Einmal mit Profis. Äh, nee, Quatsch. Ich hab... Ja, ich hab gesagt, sechs Minuten. Aber es waren eigentlich, äh, neun. Ach so. Ja, Mathe... Mathe muss man schon können, Fabi. Ja. Hehe. Hoha. Ich hab mit dem Schwader allerdings nicht den Eierkarton mitgenommen. Fabi, 15 Jahre alt. Können wir noch kein Mathe. Aber hallo. Kann ich es essen? Hehe. Was soll man essen können? Mathe? Mhm. Ja. Kannst ne Mathe essen? Mathearbeiter müssen. Aufessen. Kannst ne Mathe essen. Dort Mathe. Ja. Witzig. Ich weiß. Mhm. Das Junge, das war noch nicht mal ein Brandnerküpper. Der Haufen. Ja, den haben wir auch noch mit einem kleinen Ladewagen gefahren. Mit einem kleinen? Mit einem noch kleineren wie der Bergmann? Ach so, ja. Ich hab noch vorher den kleinen Strautmann. Ja, Strautmann. Ich find's eigentlich voll schade, dass der Pöttinger nicht heute drin ist, der Kleine. Den gibt's als Mod. Ja, als Mod. Aber ich meine, als Standard spielen. Aber entweder... Da gibt's noch nicht so ein kleines halt. Es gibt direkt zwei Achse. Heu kommt. Ist egal, was ist das Lager, oder? Äh, kann. Nee, geht nur hier vorne ins Lager oder ins Fahrsilo. Okay. Kannst ja die Wiese auch mit dem Lade... ähm... Anhänger leer fahren. Natürlich. Ich hab noch... Ich hab ja keine Hobbys können. Gut. Äh... Du warst dran, glaub ich. Okay. Äh, dann sag ich... Was warst du, wie sie sich wieder in der MCU fahren? Lass den Abschluss auf jeden Fall. Nicht mein Freund vorbei. Bis jetzt mal nichts vor dran. Schau. Tschau. Du bist. Mach. Weiter geht's. Äh... Ja, wir sind wieder zurück. Hehe. Ha ha. Nein. Ha ha. Nein, oder? Ist das was ich denke? Hä? Hä? Äh, ja. Ja. Nee. Doch. Hast du seit der Pause gemacht? Nee. Hä? Ich kann nicht mehr einsteigen. Okay, jetzt hast du verlassen. Tschüss. 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 Tschüss.